Ich weiß nicht, was Sie machen müssen, um eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Ich muss dafür kämpfen. Es ist mühsam und sie kommt nicht von ganz alleine. Da fragt man sich doch, woher kommt denn jetzt eigentlich diese fette Gehaltserhöhung für unsere Bundestagsabgeordneten? Unverschämt. Bei uns wird diskutiert wegen jeder Tarifverhandlung und die schaufeln sich die Taschen voll. Also bin ich nicht mit einem verstanden. Sie sollten mal selber zusehen, wie sie damit klarkommen würden. Einmal ein Gehalt, was ein Normalbürger verdient. Wir leben in einem Krisenjahr. Dieses Jahr ist nicht dafür da, sich selbst noch ein bisschen mehr Geld in die Tasche zu wirtschaften. Nein, verzichtet. Lasst es einfach dieses Jahr sein. Es muss möglich sein. Diese Diätenerhöhung ist unsolidarisch, unverhältnismäßig und unverschämt.